Meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Meme-Mittwoch, ein besonderer Meme-Mittwoch, denn es ist Mittwoch und ich habe die ersten Podcast-Episoden abgedreht. Wann ihr die sehen werdet, das wird noch ausstehen, aber Raffi Uncut ist kurz vor der Tür. Freunde, es hat lange geköchelt, ich bin sehr gespannt darauf, dass es bald Release wird, deswegen haltet ein Auge dafür offen. Und ja, wir gehen rein in knackige Anime-Memes-Zielen, hat man wieder gekocht, ich bin gespannt, was es hier gibt. Und ja, Leute, wie immer, lasst doch noch oben da, supportet dieses Format hier, dass ich weiß, okay, ihr wollt mehr und wir gehen rein. Live after getting a 14-Day-Account-Suspension. Ey, ich höre, manche Bros brauchen einfach mehr von dem. Oh, das SAO-Opener ist so geisteskrank. Einfach schön, ey. Wenn du LoL gerade spielst, du bist, Digga, denk nicht, dass du grinden wirst. Denk, ich weiß, du hörst The Client, The Rise und so und dreckst so, Bro, ich bin es, ich bin der nächste Faker. Nein, bist du nicht, ich war es auch nicht. Quittet einfach, verkauft den Account, sperrt ihn, was auch immer, aber einfach raus da. Es hat eh keinen Sinn. Und Phil, wenn du das siehst, du auch. Raus aus LoL. Kein LoL mehr spielen, ja? Danke. Hallo, ich bin Phil, ich bin Silberharztag und wenn mich wer boosten will, dann meldet euch bei mir. Tschüss. Faudert ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Digga, was ist das? Pixar, Pixar, Louv, Alter? Er sieht ein bisschen cute aus, aber ich bin ehrlich, er sieht ein bisschen cute aus. Girls being a guy, äh, being a guy must be so cool. Average male experience. Was für ein Teufel. Ist das Hitman? Er geht hoch. The Climb. Was ist das? Ist es wieder eine Treppe? Ist es wieder eine Treppe? Einfach. The Climb, es geht ewig weiter. Alle wieder rein in League of Legends. Ey, das kann kein Zufall sein. Alle wieder rein. Alle wieder rein. Ihr habt gesehen, The Climb ist real. Ihr müsst wieder rein in LoL. Let's go. Beyblade, 6-year-old, is doing weight training to pull Zip-Cards. Bro, er macht Astronautentraining. Er ist ja anders drin. Niemand Menschen, die den Geburtsjahr mit 19 beginnt. Bin ich alt? Also bin ich alt? Bin ich jetzt alt? Ist es soweit? Ich bin 97. Ich bin jung. Ich bin jung. Ich bin so jung. Ich bin Geburtsjahr von One Piece Manga- Ah, ich bin fucking alt. Spongebob war sehr wild für das. They say, iOS is better than Android, but I have never seen iOS breaking super Saiyajin Vegeta's arm. Oh mein Gott. Well, wo hast du das gelernt? Ich mach wieder Englisch-Deutsch. Mein Gehirn funktioniert nicht. Diese Sound-Effects, nein, ich kann nicht. So meine Damen und Herren, der Anime-Mitwoch wird euch präsentiert. Ihr wisst es Bescheid. Der Langzeitpartner ist mal wieder am Start. Der Anime-Superstore ist hier für euch am Start, um euch auszurüsten. Als gottlose Anime-Fans hier seid. Ich meine, weiter auf der Seite, da gibt es Sachen. Da gibt es echt crazy Sachen. Aber es gibt auch korrekte Sachen, wie eben Dragon Ball, One Piece, Shutsu Kaisen, Demon Slayer oder sogar noch viel mehr. Nutzt dabei auf jeden Fall meinen Code RUFFY für 10% Rabatt. Und als ihr Bocker, auf eine Überraschung. Dann kann ich euch die RUFFY Mystery Box empfehlen. Dort sind eben Sachen drin oder Dinge enthalten von Animes, die ich persönlich gut finde. Und kommt schon, ich hab eh einen krasseren Geschmack als... Also ich hab den besten Geschmack. Das ist auch klar. Ich meine, habt ihr mal gesehen, was ich schon für geile Animes gesehen hab? Also Freunde, ihr wisst Bescheid. Der Anime-Superstore ist immer wieder korrekt, diesen ganzen Meme-Mittwoch hier zu unterstützen. Und damit geben wir uns weitere Memes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Warum kann das meine Katze nicht? Warum kann sie's nicht? Meine Freundin, wenn sie sich kurz bückt, um etwas aufzuh... Er kommt frei zum Schuss. Na dann, gute Nacht bei seinem Hammer. Wie ich... Wie mich dieses kühle Bierchen ansieht, nachdem ich sage, dass ich nie wieder trinken will. Ey, diese Music. Ich kann nicht mehr, ne? Ich kann diese Music nicht mehr. Bro, ich weiß nicht. Shrek-Rewatch? Ich glaube, wir müssen rein in den Shrek-Rewatch. Shrek ist, glaube ich, ein Hidden Masterpiece, das wir alle vergessen haben. Ich kalkuliere die letzte mögliche Sekunde, in der ich das Bett verlassen, um noch rechtzeitig zu arbeiten. Ey, Dinge. Er hat sich die Art weiß gefärbt. Er ist einfach Protagonist geworden. POV, you're the last one in your friendgroup without a girl. I alone am the wholeest one. Ey, ich schwör, dass ihm geht's safe so. Er ist freier als Erdenjäger. Dad, why do we call him Uncle, if he's not related to us? The story I'm about to tell, little bro. Du weißt nicht. Du weißt nicht, was wir erlebt haben. Digga, muss ich eigentlich mal Dark Souls... Ich hab nie Dark Souls durchgespielt. Ich hab Sekiro fast durchgespielt, aber ich hab noch nie Dark Souls durchgespielt. How, bro feels after collecting ugly pictures? Das trifft auf meine Friend-Gruppe anders zu. Das ist einfach Lore der Freundesgruppe. Wer hat am meisten ugly Bilder? Come here, boy. Down. Out. Come. Oi, 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 oi. That's so hot, because I'm sorry. Er struggelt so hard. Guck ihn dir an. Aber er hat... Ja, ja. Ey, oh, bro. Oh, ho, ho, ho. Oh, dude, replies. Ey, sind so böse. Jedes Mal. Wenn Alex and Steve were mining for Diamonds, Alex asked Steve, If we found the ancient city, would you be able to beat the Warden? Steve answered, If he were to use his domain expansion, Malevolent Darkness, it might cause me a little trouble. But would you lose? Nah, I'd win. Eventually, they both came face to face with the terrifying monster, and it released its domain expansion. Ey, nein. I did not know two key things. One, Steve brought a bucket of milk, which nullified his domain expansion. Two, Steve did some off-camera mining. Nein! During the fight, the Warden asked him, Are you the strongest because you are Steve, or are you Steve because you are the strongest? Steve replied, When it comes to these two weeks of this server's life, my dedication to it is limitless, because throughout the end and earth, I alone am the crafting one. Ha, ha, ha. Ey, bro. Minecraft lore, under Steve, under Steve. Me telling, Ja, that's what I can say. Me telling, GD, he can just temporarily injure characters instead of permanently killing them. Ah, brother, shit. Ah, so, scheiße. How the store salesman looks at me when I bought only a rope and a chair. Is the guy. Oh, my God. Oh, my God. I'm sorry. I'm sorry. Oi, oi, oi. Hey, dieser Drake. Also, Drake beherrscht gerade die Timelines, aber nicht wegen diesem Meme. Here we, it's 20, äh, 45. 45. You hear this coming from your kids' room when all the trauma comes back. Oh, ich bin gespannt, was. Ey, da muss ich auch mal ein Meme machen. Ja, pass auf, Alter. Pass auf, pass auf, pass auf. Imagine, es ist 20, 45 und dein Kind auf einmal, du hörst aus dem Zimmer diese Musik und du weißt, der Pay ist zurück. Jeder ist zurück. DRe-DDEE-DH-DEE-DEE-DEE-DEE I seen seven, four, nine, pick Order. Sorry. How long would it take you to watch all of one piece if you weren't such a little bitch? For some, it's taken about six years. While others have watched it in ca. 9 Monaten. Aber wer kann die Serie in nur eine Woche gewinnt 500 Kajillionen Jizz-Drops. Das fühlt sich ein bisschen kurz. Das ist genau das, was deine Fiancé sagt, wenn du deine Dramatik verbreitest. AI, Mr. Beast, ist anders. Bro, me watching my barber absolut... Ja, ey, das ist... Bro, das haben wir schon tausendmal gesehen. Oh, nein, ey. David Martinez. Ach, du grüne Neuner. Du bist da bloß ne halbe Hose. Und dann auch noch die Sandalen. Die sind ja das Beste da dran an dir. Das ist ein richtiger, böser Bube. Der heißt Üwe. Das ist ja ein richtiger Kraftprotz. Das ist ein richtiger Kraftprotz, Emil. Idiot! Ach, du meine Gitte, ist die niedlich. Das ist die Agathe, die Zuckerpuppe. Agathe hat gezaubert. Ach, du Schande. Die werden ja immer böser. Das ist ja ein Krieger, Otto. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du willst Glas blasen? Das ist die Gläser Uschi. Das ist die ganze Zeit. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Sprech ich mit der großen Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Oh nein, hier ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann! Ich hasse euch! Me watching Oda in all seriousness making the Sanji passing out from a nosebleed gag and actual plot. I see you. I see you. I see you, man. When you just want to relax after work. Oh, nein. Oh, Gott. Ist das geil gemacht, Alter. Die Brille aber auch, ne? Wie geil ist die Brille? Meint, der hat die Kinder echt geschlagen? Ah, Spaß. FGG Rolls Haikyuu. Er ist gestorben. Er ist einfach gestorben. Er ist gestorben. Nein, Alter. Ich kann nicht mehr. Mein Special. Aber der Punkt ist sicher. Was ich als Kind dachte, was passiert, wenn ich nachts das Fenster gekippt lasse. Ich bin der offene Fenster-Wahnsinnige. Hoffentlich habt ihr eure Lektion jetzt... Nein, ey. Bitte sei ein Mann! Bitte sei ein Mann! Nein! Browski, Browski, nein! Ich will mich als Kind Goku Abi helfen. Wollte, krass, wenn ich kein Kitarren war zusammen... Goku Abi, nimm! I like the rain? A rainy day! Wow! er verliert einfach immer was ist das mit es ist die überestimating his own strength once again yeah that ghosts are secretly ninjas here are four levels of being an intro michael john is doing climbing and descending crates is their everyday routine sometimes they use the back of other and I have to get hanging fruits and leaves from rows tuning after some time goats become more skillful in this stage they are capable of climbing trees was ist das denn das ist so nicht echt alter sind die dinge krank was ist das für ein goku ass goat wenn edmund hillary climbed the summit of everest he saw a goat phantom in the blink of an eye it was gone oi 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 Leverkusen ich bin einmal mit euch Leverkusen 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 bitte werdet meister was soll ich euch sagen meine scheiße Dortmunder könnte es nicht schaffen also werdet bitte dies Jahr meister nix Jahr BVB wir sind alle am Borsigplatz geboren aber dies Jahr Leverkusen wünsche euch viel Glück oi 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 o wie Mittwoch, ich kann das alles nicht mehr. Lasst ein Daumen nach oben da, Abo auf dem Kanal, das Liebe für Filder, dass er den Cut durchgehalten hat. Er ist Bayern-Fan und musste das Meme eben mit anschauen. Er macht eine harte Zeit durch. Freunde, ich bin raus, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.